Willkommen bei Resident Evil 1. Ich setze jetzt das normale Emblem ein. Wir haben ja im letzten Part das Gold Emblem entnommen. Die Tür geht wieder auf und wir können abhauen. Sagst du noch was? Ich leb noch. Hier war das normale Emblem. Da setzen wir jetzt das Gold Emblem ein. Und wie von Geisterhand bewegt sich die große schwere Uhr von allein. Yeah, ein Schlüssel. Nice. Aha, der Schildschlüssel. Gut, gut. Ich weiß ja noch wofür der gut ist. Nämlich für die Tür im zweiten Stock. Ja, aber vorher gehen wir noch bei der Speicherkiste vorbei. Da will ich auf jeden Fall vorher nochmal speichern. Ja, ja. Eingang nach dem anderen. Oh komm, wenn ich schon mal hier bin, nehmen wir noch das Kraut von draußen mit. Das letzte. Habe ich noch eins liegen lassen? Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht mehr. Oh nein. Tatsächlich nicht. Ich dachte ich hätte eins vergessen. Oh mein Gott. gut wie sieht es denn aus naja ich weiß ja was jetzt kommt nämlich ein harter brocken und daher ich esel muss ja noch speichern ja benutzen wir doch gerade noch mal das farbband wir haben sehr dicke sehr schön nehme ich mein messer ja ich nehme es wieder mit das hat mir bisher immer gute dienste geleistet so freunde auf geht's in den zweiten stock ja ich muss wieder komplett außenrum so ein käse hier war es war das hier ja ich glaube schon so ich rüste mich auch gleich mal mit dem baby hier aus gefällt so schildschlüssel der ist auch nur für diese eine tür gut ja komm weg und rein da hier sieht es schon aus riesenschlange wtf wo 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 yo ich weiß gar nicht ob man die irgendeine strategie gegen Au! Verdammt. Ich bin vergiftet. Ich nehme mal so einen Scheiß. Hilft zwar nichts gegen Gift, aber gegen Schaden. Was ist jetzt? Haust du ab? Penner. So. Halt mir der Munition. Verpiss dich. Ich sag's dir. Beim ersten Mal haut das Mist viel nämlich ab. Mondwappen. Ja geil Leute, ich bin vergiftet. Ich könnte mir ein Loch in den Bauch freuen. Scheiße. Wo krieg ich Gegengift her? Ich weiß es nicht mehr. Okay, dann heißt es jetzt halt beeilen. Oh. Ach stimmt. Chris! Bin ich verpüßt? Verdammt, gib mir Serum. Ich bin sicher, das Serum muss da sein. Ich werde gleich zurück. Ich werde gleich zurück. Ja. Scheiße. Am anderen Ende der Welt. Und ich mit der kleinen Rebecca. Oh Gott. Na, das kann was werden. Aber Hauptsache mal die Schlange. Ich finde doch gut überstanden. Ich meine Schrottflinte. Pff. Da wird nicht lang gefackelt. Ach, zum Glück habe ich ja alle Zombies aus dem Weg geräumt. Die Rebecca, die hat ja nichts hier. Die knarer hat die mir nicht. So. Ach komm. Schnell. Der vergiftet mir hier. Weil dich will. Das ist Ubiquen. Ja. Ja, Kisten kann die schon mal nicht öffnen. Okay. Halt. Und den Weg wieder zurück. Na, komm schon. Und wir haben doch keine Zeit. Chris, halt durch. Ach, wo lauf ich denn lang? So, jetzt aber schnell. Auf. Mach hin. Du bist gut? Ja. Was ist passiert? Du warst von einem schädelischen Schnecken. Du bist okay? Mein Kopf tut mir. Ich glaube, du bist okay, weil ich dir ein Schuss habe. Aber bitte, bitte. Du hast mein Leben geholfen. Ich bekomme dir einen. Ich bin glücklich, dass ich dir helfen konnte. Aber okay. Die Entwickler wollten das so. Bitteschön. So. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich denn hier raus? Bitteschön. Bitteschön. Die Schrotflinten-Munition kann ich auch ablegen. Ich nehme sie mal mit, das gute Stück. Man weiß ja nie. Ich nehme die Schrotflinten-Munition. Ich nehme sie. Ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie. Ich nehme sie auf die Schrotflinten-Munition. Ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie mal mit. Bis zum nächsten Mal. Und euer Slagsi.